ja weihnachten in frankfurt ich denke mal zu weihnachten kriegen dann die kinder auch zum geburtstag ist es meistens so kriegst erstmal eine kugelsichere weste nicht stichsichere weste dann stellen wir deinen ersten baseballschläger kriegst du so mit 45 jahren dann testpakete also bestimmte dinger die man konsumieren kann da will ich jetzt nicht drauf eingehen also so stelle ich mir ungefähr weihnachten vor und dann kriegst du vielleicht so zu weihnachten deinen ersten test opfer dass du schon mal so ein ausraub als ausrauben lernen kannst wie es richtig funktioniert man muss ja die leute darauf vorbereiten als nicht einmal der schnee die freude rufe der straße zu dämpfer mochte saß der witwer wolfgang in seinem heim ganz allein ja gut aber ich muss dazu sagen so so von der stimmung her von draußen schießereien und die böller die überall rum schießen und explodieren ist bei uns auch immer so also man könnte wirklich mein ich wir hatten das erst vor vor zwei stunden sind hier leute rumgelaufen mit ballon die haben hier oben gebilder da könnte man wirklich mal alles klar die russen kommen die russen kommen oder wie frankfurter nicht seine selbst als plötzlich ja diese fachkräfte und ingenieure wieder mal typisch ja natürlich solche mag ich ja die sagen die neuen fachkräfte die klauen uns die jobs und das letzte mal nach dem job gesucht nach der geburt einmal dann noch nie wieder ist nicht die polizei in frankfurt so ein update also ich stelle mir das so vor man man hat so seine krawallen nacht also ich mache in frankfurt immer survival urlaub von freitag bis sonntag letztes mal habe ich mein bein verloren aber da da habe ich gemerkt der polizei ist so so wie ein deal sie ne die kommen dann so an und und da hat man so neue gegner neue aufgaben und so das ist eigentlich schon schon cool wer gehen würde dann dann was mit dem kommt nicht runter bruder ruft safe die polizei mann bruder ja der hat seit jahren die wohnung nicht verlassen jane tatsächlich lebte wolfgang verschlossen hinter ziegelei seit jahren schon von couch zu fenster von fenster zu couch teresa kannst du es glauben damals 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 hättest du du ich glaube dies weg ist auch egal also die teresa ich habe das gefühl jetzt weiß ich auch wieso die wohnung nicht verlässt die teresa die hatte diese einkaufen gegangen also wollte man survival urlaub in ihrer heimatstadt machen ist aber danach nie wieder gekommen die hat scheinbar die kugelsichere weste vergessen ne und was was ihr niemals vergessen dürft es gibt ja auch in hamburg gibt es ja die schilder die beschilderung dass von 22 ne von 8 uhr frühs bis 22 uhr abends ist ja waffenverbot zone und ja es hätte die wissen müssen also wenn man einkaufen geht bitte erst nach 22 uhr dann ist es nämlich illegal dann die halten sich auch alle dran die halt ich würde mich auch sofort dran halten wenn dann steht oh zwanzo eins raketenwerfer wieder einpacken und als die zeit schlägt zu später stunde rasen die schatten zugrunde ja was zum das war sein fenster ja wir sind erledigt es reicht nein die sichere weste die sichere weste die sichere weste meine geduld ist endgültig fort wenn ich euch nicht hier und jetzt nicht ich 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 t teresa ich bin ich bin draußen oh 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 ich glaube der hat einen herzinfarkt ja naja gut die luft ist da auch nicht mehr so so gesund da muss man aufpassen immer eine ffp2 maske dabei haben ähm das gehört auch mit zum survival kit ne sollte sollte man eigentlich als einheimiger wissen ne klar durch die ganzen böllereien schießereien und so ne ist halt wenig sauerstoff in der luft in der nacht als wolfgang die kalten tropfe auf seiner haut spürte fühlte er nichts als wärme und der schnee vermochte das laute pochen seines herzens ach tu mir leid ey das war war echt die schönste weihnachtsgeschichte die ich erleben durfte ich denke mal davon werde ich ganz viele nächte noch träumen ich habe jetzt irgendwie voll bock bekommen muss ich mal gucken ein survival urlaub wieder mal in frankfurt zu machen das problem ist meine kugelsichere weste ist beim letzten mal schon ziemlich demoliert worden ne also da muss ich erstmal die ganzen kugeln rauspulen und sie hat auch überall stich äh äh stich zerstörungen hä was ist das für ein wort das sagt doch kein mensch ne ich bleib mal ich bleib lieber im osten ist besser ist besser so ich hoffe euch hat es gefallen guckt unbedingt das original video an guckt die anderen videos von ihnen an sehr geile videos sehr geil gemacht ich hoffe wir sehen uns im nächsten video lasst liebe da lasst Kommentare da haut rein und tschüss